Hallo zusammen, hier sind mal wieder die aussätzigen Zauberer und heute geht es um die DSGVO Erwägungsgründe und zwar um den Erwägungsgrund Nummer 8. Der Erwägungsgrund Nummer 8 lautet, wenn in dieser Verordnung Präzisierungen oder Einschränkungen ihrer Vorschriften durch das Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen sind, können die Mitgliedstaaten Teile dieser Verordnung in ihr nationales Recht aufnehmen, soweit dies erforderlich ist, um die Kohärenz zu wahren und die nationalen Rechtsvorschriften für die Personen, für die sie gelten, verständlicher zu machen. Das ist mal wieder ein recht langer Satz, der durch die vielen Kommata dann auch unverständlich ist. Puh, ich glaube, das reicht heute nicht, setzeweise durchzusprechen, sondern diesmal müssen wir Satzbausteine oder Satzteileweise durchsprechen. Einmal geht es um Präzisierung im ersten Teil. Präzisierung der Verordnung, gemeint ist die Datenschutzgrundverordnung, das heißt die Datenschutzgrundverordnung kann genauer gestaltet werden und zwar durch das Recht der Mitgliedstaaten. Das Recht der Mitgliedstaaten ist also, Gesetze zu erlassen und zwar Gesetze, die der Datenschutzgrundverordnung vorgehen. Das heißt, man kann oder ein Staat, ein Mitgliedstaat der Europäischen Union kann ein Gesetz erlassen, das vorrangig zur Datenschutzgrundverordnung ist. Die Datenschutzgrundverordnung, das hat man schon mal erklärt, wirkt direkt und grundsätzlich in allen EU-Staaten. Aber es gibt auch Ergänzungen bzw. Einschränkungen oder Präzisierungen, die durch ein nationales Gesetz eines EU-Staats erlassen werden können. Das heißt, in einem Staat der EU gibt es dann ein Gesetz, in das muss man zuerst reingucken, bevor man in die Datenschutzgrundverordnung guckt oder bzw. man muss die beide angucken, denn es könnten da Dinge drinstehen, die zusätzlich zur Datenschutzgrundverordnung zu beachten sind. Was allerdings problematisch ist, ist, wenn jetzt ein nationales Gesetz die Datenschutzgrundverordnung wiederholt. Grundsätzlich ist quasi bei einer Beurteilung der Sachverhalte die Datenschutzgrundordnung zurate zu ziehen. Und dieser Erwägungsgrund 8, der gibt explizit den Mitgliedstaaten das Recht, in bestimmten Regelungsgebieten die Datenschutzgrundverordnung zu wiederholen. Das heißt, nochmal genau denselben Sachverhalt zu beschreiben, wenn es der Verständlichkeit dient oder wenn es der besseren Auslegung des Datenschutzes dient. Hintergrund ist unter anderem eine Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, die eigentlich in Europa verbietet, wenn etwas europäisch geregelt ist, es in gleicher Weise national nochmal zu regeln. Das heißt, bei dieser Ausnahme, die ich am Anfang erwähnt habe, ist genau der Punkt zu beachten, ist es ein Ausnahmetatenbestand, eine ergänzende Regelung oder dient es der Klarstellung. Und dieser Erwägungsgrund 8 gibt quasi, ja, man könnte jetzt sagen, sowas wie ein Zitatrecht. Beispiel, es gibt im Bayerischen Datenschutzgesetz auch Regelungen, Da steht explizit oder die beziehen sich explizit auch auf diesen Erwägungsgrund 8, indem sie bestimmte Dinge wiederholen und auch das Bundesdatenschutzgesetz, die Neufassung nach der Datenschutzgrundverordnung, die greift bestimmte Dinge auf. Wenn man durch die Kommentare schaut, geht es sogar noch ein Stück weiter. Sozialvereinbarungen oder Vereinbarungen mit dem Sozialpartner, kurz gesagt Betriebsvereinbarungen, Verträge zwischen Unternehmen und Betriebsrat, dann auch dieses Zitieren der Datenschutzgrundverordnung oder das Wiederholen der Datenschutzgrundverordnung nutzen, um für den Betroffenen eine Klarstellung zu formulieren oder eine bessere Verständlichkeit auszudrücken. Und das ist genau der Sachverhalt, den sozusagen die zweite Hälfte des Satzes aussagt. Das heißt, es sind Ausnahmen zugelassen in der Wiederholung. Diese Ausnahmen müssen aber der Kohärenz dienen, das heißt, dieser Zusammenarbeit oder dieser Gültigkeit zwischen nationaler und europäischer Gesetzgebung dienen und gleichzeitig auch eine bessere Verständlichkeit bieten. Diese Verständlichkeit zielt dann genau auf die Personen oder die Betroffenen hin, für die diese Regelung gilt. Das heißt, wenn ich in einem bestimmten Umstand, wie zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel Betriebsversassung, wenn es um Beschäftigte geht und ich kann damit etwas besser formulieren, indem ich die Datenschutzgrundverordnung oder die Regelung der Datenschutzgrundverordnung nochmal wiederhole, dann ist es zulässig oder gibt dem Betriebsrat der Erwägungsgrund 8 der Datenschutzgrundverordnung, die rechtliche Grundlage und damit auch die Sicherstellung, dass man nicht gegen anderes europäisches Recht oder andere europäische Rechtsprechung verstößt. Also ein kleiner Erwägungsgrund, der dennoch eine sinnvolle Anwendung hat, insbesondere für die Betroffenen. Ich will es jetzt nicht ins Unmöglich Lange ziehen. Sicher, wie immer, habe ich was vergessen, aber das ist ja dann auch nicht so schlimm, denn ich habe es ja vergessen. Und danke fürs Zuhören. Tschüss. Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und Fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.